Oh, Bandagen. Oh mein Gott, und ein großer Rucksack. Willst du mich verarschen, ey? Egal, der Rucksack ist mir jetzt egal. Ich brauch ganz dringend ein T-Shirt oder eine Bandage. Eine Mosin. Meine letzte Chance ist geworden, ja. Oh, ja, ja, Mosin, ich hab Munition dafür gefunden. Meine. Nein! Ich hab die Militärweste angezogen und hab dabei meinen Waffenhalter ausgezogen und da war meine Knarre drin. Nein! Oh, ich kann jetzt nicht zurück, sonst... Ich bin gleich tot, ehrlich. Ich brauch ganz dringend was. Also, ich hab jetzt eine Mosin und sie ist geladen. Schön. Oh, Makarov-Magazin. Wunderbar. Wo steckt denn das jetzt? Ach, hier. Da kann man ja die Kirchentüche zumachen. Das ist mir aber auch neu. Geil. Tja, jetzt muss ich ganz schnell durch die Stadt. Hoffentlich find ich da noch irgendwo ein T-Shirt. Brauch ich nicht. Ich hab so gut wie keine Farben im Moment. Also, wenn du in Balota... Ach nee, du bist nicht in Balota. Nein, ich bin weit, weit von dir entfernt. Oh, ich hab so geile Sachen. Ich würd gern diese Knarre hier mal ausprobieren. Die sieht lustig aus. Longhorn. Lauf, 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 lauf. Wenn du leben willst, lauf. Ich glaub, ich bin noch nie so langsam verblutet in diesem Spiel. Oh, ein Haus, wo die Tür nicht aufgeht. Ey, das gibt's da nicht. Kleiderschrank, wo kein T-Shirt drin ist. Ach komm schon. Canvas-Pants kann man auch nicht zerreißen. Red-Down-Jacke kann man auch nicht zerreißen. Gibt's denn keine verfluchten T-Shirts hier? Ich hab ein T-Shirt gefunden. Ich hab ein T-Shirt gefunden. Fuck, Zombie. Nein! Okay, sofort verbinden, verbinden, verbinden. Wo ist mein T-Shirt hin? Ich hab gleich überhaupt, ich hab überhaupt keine Farben mehr. Das ist schon absolut schwarz-weiß gerade. Ey, das ist schon sehr, sehr gefährlich. Ja. So, jetzt bin ich erst mal verbunden. Ins Haus. Jetzt muss ich erst mal vollfressen. Du kannst mir grad mal sagen, wie viele Minuten wir noch haben? Äh, 10, 11. Gut. So, ich werde jetzt noch alles essen und trinken, was ich dabei habe. In der Hoffnung, dass ich dann hiele. Oh, ist schneller, Mann. So, ich mach gleich nochmal zurück. Wo hab ich denn die Jacke gefunden? War das im Turm oder im Hangar? Wollte ich dir nicht sagen. Da hab ich nämlich nicht richtig gehört. Ich hab wieder ein Zombie gehört. Ob nicht sieht er mich hier drin nicht? Ja, gib ihm einen Namen. Klaus. Was bin ich denn jetzt wieder? Ich hab mich wieder verlaufen. Ah, da ist die Polizeiwache. Das ist ein 1911er Magazin, nämlich... Oh, ey. Wie viel frisst denn der? Man fängt an zu heilen. So. Jetzt ist endlich stuffed. Okay, jetzt geht's los. Zurück zum... Er fehlt. Ich will mir die Knarre wieder haben. Aceballschläger. Rausch ich gegen die Machete aus. Obwohl, die Machete behalte ich jetzt. Ich glaub, Machete ist sogar besser. Ja. Ja, glaub ich auch. Deswegen, ich behalte sie. Einen Schuss, egal wohin und ich bin tot. Nein. Mann, hier können die Machete auf mich zahlen. Äh, die. Merkmal, hier ist es mir aufgefallen. So, was liegt denn hier alles jetzt? Hier war ich doch eben erst. Hier schon wieder respawnt. Wie geil ist das denn? Ist das so einfach gut? Oh, diese Hängenbleiber sind eine Katastrophe. Wartencleaning-Kids ohne Ende. Soll ich dir eine Makarov mitnehmen? Nee, du. Ich glaub, ich werd hier richtig gut finden, dich in dem Wort. Das ist Wahnsinn, was auf dem Server hier alles an Lud rumliegt. Ah, jetzt kann ich mir einen großen Rucksack suchen, äh, nehmen, den ich hier liegen gelassen hab. Oh, hier liegt ein toter Zombie. Der lag vorhin noch nicht hier. Ah doch, den hab ich ja umgebracht. Wer war das? Jaja. Oh, und ein Rucksack. Das ist echt unglaublich. So, hier lag auch noch irgendwas. Schuhe? Was ist das? Das hab ich nur noch Vorräte und dann lauf ich los zum Affiliate. Okay, 45 ACP-Munition hab ich ohne Ende im Moment. Toffel. Mal essen. Ich hoffe, hier liegt meine Weste. Oh ja, die hab ich doch hier. Die hab ich hier umgezogen. Wo liegt die hier drunter jetzt? Scheiße. Bestimmt durch den Boden gebackt. Scheiße. Was ist das? 380 Autorounds? Was ist das? 380 Autorounds? 380 Autorounds? Irgendwie bestimmt die Waffe hat die benutzt, jedoch ich weiß noch nie grad nicht welche. Wieso heile ich nicht? Wieso hab ich kein Healing? Keine Ahnung. So, ich müsste das Haus hier nochmal umrunden und hoffen, dass hinten mein Magnum liegt. Mist. Scheiße, meine Magnum ist weg. Na gut, dann werde ich mich jetzt schon mal auf dem... Ne, jetzt muss ich erstmal was essen, äh, nochmal was essen hier. Oh fuck, war da grad ein Zombie? Ja, da war ja... Oh, was ist da? Da ist... Was? Da nehm ich mit. Ah, so. Gehst schneller. Hypothermia? Oh Gott. Willst du mich verarschen? Jetzt lass ich hier. Ich bin gleich tot. Oh, schön. Was denn... Ich brauch ganz dringend ein Feuer. Was denn zum Serienende, ähm, Folgenende? Ja, jetzt habt ihr's gehört, DayZ ist zu Ende, für immer. Ja, ich brauch ganz dringend jetzt, äh, ein Feuer, sonst bin ich echt bald tot. Aber find erst mal Streichhölz in diesem Spiel. Toll, das hab ich in meinem Tod durch Verbluten erfolgreich verhindert. Und jetzt sterb ich durch Hinterkühlung. Das ist doch traurig. Das hattest du aber schon, äh, noch gar nicht. Das ist immer mein neuer Tod. Nee, das hatte ich noch nie. Aber jetzt möchte ich nicht, weil mein Rucksack so voll ist. Ich hab immer noch diese geile Puse, die hab ich noch nicht probiert. Dann schieß einmal schnell, damit dann hast du's ausprobiert. Ich hab keine Muni. Ich brauch SKS-Muni oder Mosin. Ich muss ganz dringend Streichhölz suchen. Oh, eine frische Zucchini. Hä? Wieso hat er mitten im Schlag die Axt weggesteckt und die Pistole gezogen? Ja, siehst du, das hat er bei mir auch schon ein paar Mal gemacht. Also bei den anderen Folgen. Also jetzt nicht die Pistole dafür, sondern andere Dinge rausgeholt. Ich hätte gern ein Streichhölz. Ein einziges reicht mir ja. Ich bin auch gar nicht gierig oder so. Dieser Server quillt über vor Loot. Ja, ja. Stimmt allerdings. Stuffed bin ich. Auch nicht genügend energised. Ich freu mich, wie lange das dauert, bis ich tot bin. Oh, du musst bestimmt gleich testen. Boah, dieser Hängenbleber. Ich renne da nur vor der Wand deswegen. Das ist doch zum Heulen. Oh, nee. Hey, hey. Ja, liebe Zuschauer. Nächste Folge ist Episode 200. Freut euch schon mal drauf. Und falls das noch keiner getan hat, schreibt ruhig mal ein paar Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht machen wir das bei Episode 200. Lass uns überraschen. Ich habe Essen und Trinken. Ich könnte eine Armee versorgen. Glaubst du dir nicht finden Streichhölz? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Weil es immer so ist. Du findest nie das, was du wirklich am dringendsten brauchst. Leider. Oh, ich überlege gerade, wenn ich jetzt noch einen Brunnen finden würde, dann würde ich jetzt mein Wasservorrat auffüllen und dann auch mal loslaufen. Erstmal einen Brunnen finden. Ich würde auch gerne Streichhölzer finden, weil... Die hätte ich auch gerne, übrigens. Ein kommender Tod gibt mir gerade zu bedenken. Also ich habe immer einen Hut auf gehabt. Ich habe eine dicke Wolljacke an, die ja generell schon relativ wasserdicht sind. Ja. Und trotzdem bin ich jetzt die ganze Zeit übernass gewesen, von oben bis unten. Offensichtlich. Und jetzt bin ich hypothermisch und so gut wie tot. Ich bin eigentlich schon ein Wandelnder Toter. Ich gehöre schon zum Club hier. Du gehörst schon zum Inventar. Und ich habe immer noch kein Healing, obwohl ich... Ich bin energized, hydrated und stuffed, aber kein Healing. Du gehörst schon mal. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Ai, caramba, genau. Ist es denn so schwer, in der Apokalypse einen Pack- und Streichhölzer zu finden, ey? Der Apokalypse, natürlich ist das schwer. Das Spiel hätte in Amerika spielen sollen. Da ist jeder ein Prepper und alle haben total viel Zeug. Ah, dafür gibt es ja Heinz Z1, ne? Richtig. Dafür hört man aber momentan gar nichts mehr. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Schon wieder ein Zombie gehört. Ich habe auf ihn geschossen. Ich habe ihn... Ey, das kann... Der Schuss ging daneben. Er hat den Schuss überlebt. Jetzt ist er tot. Nicht richtig getroffen. So. Ah, spring! Nein, jetzt springt er auf der Straße. Das gibt es doch nicht. So, ein Haus noch. Wenn hier auch nichts ist, dann werde ich halt einfach sterben. Ah, da, 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 da. Keine Streichhölzer. Aber die findet man echt selten, ne? Ich glaube ja. Ah, da ist noch ein Haus. Da gehe ich auch nochmal eben rein. Amo. Dann werde ich fünf Schuss wieder nachladen. Ja, voll bewaffnet. Hier ist aber nichts. Ähm, wir müssen eh Schluss machen jetzt. Ja, warte, dann gehe ich jetzt noch gerade hier hin, hole mir jetzt noch gerade das Essen. Und dann werde ich gerade mal da ins Gebüsch laufen und dann bin ich auch gleich fertig. Einen Moment. So, Energize, Hydrated, Stuffed und Hypothermia. Hoffentlich überlebe ich, überlebe ich zu Episode 200 noch. So. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank und dann sehen wir uns bei der 200. Episode wieder. Jawoll, bis dahin, macht es gut. Und tschüss. 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 Tschüss.